Es ist doch so, die Österreicher sind in Deutschland total beliebt. Meine Frau hat Erlebnisse gehabt, wenn sie gesagt hat, ich bin aus Österreich, dann waren alle, boah, ist aus Österreich, ja, da war ich schon mal, da bin ich da, da kenne ich den und da gehe ich immer zum Skifahren und Wandern und dies und jenes. Es ist doch unheimlich positiv besetzt, Österreich. Also umgekehrt, die Deutschen in Österreich tun sich ein bisschen schwerer, weil sie immer als großer Bruder angesehen werden, aber im Grunde brauchen die Österreicher, die Deutschen ja auch.